Oha, ich sollte das Spiel auch verbinden. Verdammte Axt. Ich habe vergessen, das Spiel zu verbinden. Ich bin im Moment ein bisschen durch den Wind. Woran das wohl liegt? Okay, ich will es gar nicht sagen, aber einmal voll machen bitte. Und zwar suchen wir in Totos Bande ganz hängendringend, ihr seht das, 13er, 12er, 11er bis hinunter sogar zu den 10ern, wenn wir genug sind. Da suchen wir im Moment reichlich Leute, nämlich für die Liga. So ein paar kommen hier natürlich auch noch aus unseren Clans rein, aber ich würde hier ganz gerne mal wieder eine 30er Liga spielen. Deswegen einmal voll machen bitte den Clan hier von der Totos Bande. Das nehme ich einfach mal so als Hintergrundbild. Und ich wollte den Aufruf nur nicht vergessen. Ich habe ein Memo an mich selber gemacht, dass ich es nicht vergesse. Und das ist mir immerhin einmal gelungen. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen natürlich Klarkriege spielen, Leute. Wir wollen Klarkriege spielen. Und zwar Liga und mal wieder Klarkriege in Deutschland. Ich denke mal, wir werden da selbstständig hoffentlich wieder voll, wenn nicht. Bitte reinkommen in den Discord, ab und zu mal reinhören, wenn wir so ein paar Plätze zu vergeben haben oder hier auf YouTube in den Community Tab. Da rufe ich dann zeitgleich noch zu auf. Das ist auch sowieso erst zwei Tage nach Ligastart, nur schon mal, dass ihr es noch gehört habt. Okay, wir gucken uns mal unseren Neuzugang an hier. Den Suite in your Ex. Okay. Auch kein schlechter Name. Manchmal achte ich auch nicht auf den Namen von den Leuten, die hier reinkommen. Aber ist nicht so tragisch. Ist nicht so tragisch. Okay, wir gucken rein. Was hat er gemacht mit Drachen? Wie heißt das Zeug nochmal? Das hatte ja so einen bestimmten Begriff. Hydra. Mit Drachen und den Drachenreitern. Und hat einen Flamesfinger noch am Start hier unten. Okay. Ist aber früh gekommen jetzt mit den anderen Truppen. Aber okay, der Flamesfinger nimmt da hinten auch reichlich mit den Helden raus. Auch keine schlechte Taktik. Auf der einen Ecke mit den Helden wirklich viel rausnehmen hier und auf der anderen Ecke mit den Lohns und mit den Drachenreitern zu kommen. Hier, die sind auch wirklich stark. Ich muss sie auch dringend leveln auf den einen oder anderen Account. Und das geht hier ziemlich gut durch. Hier, okay, so kann man es auch machen. Habe ich noch nie so gesehen. Ich bin mal gespannt, was er jetzt noch in den Flamesfinger hat und wofür er den eigentlich noch hat. Warum man den jetzt nicht einfach aufmacht. So viel ist es ja jetzt auch nicht mehr, was hier noch lebt und kreucht. Lediglich ein Einbogenschützen Turm. Okay, naja, der Flamesfinger überlebt gänzlich. Okay, der Flamesfinger überlebt gänzlich. Mal gucken, ob man überhaupt noch aufmacht. Aber ich denke mal, in den 8 Sekunden. Ne, macht er nicht mal auf. Spart er sich die Truppen. Okay, die Kache ist, glaube ich, weg. Aber die Truppen hat man ja nach wie vor. Oder ist es andersrum? Oder sind die Truppen weg und die Kache ist da? Ne, ich glaube, die Kache ist da. Ich glaube, die Kache ist da. Ich muss sie gleich auch noch angreifen, Leute. Mache ich allerdings live dann. Das könnt ihr dann im Livestream sehen oder ihr habt es vielleicht gesehen. Nur, ja, war das Wochenende wieder voll. Voller Clan-Stadt. Voller Clan-Kriege und voller andere Games. Die klauen mir auch im Moment ziemlich hart die Zeit, kann ich euch sagen. Ich klaue mir ziemlich hart die Zeit. Aber ich habe mir jetzt wirklich mal wieder die Zeit genommen, um mich ein bisschen aufzunehmen. Und so, dass ich zumindest an den Tagen, wo ich nicht eigentlich eigentlich nicht streame, so ein bisschen was für euch habe, so ein bisschen Clan-Leben hier aus den drei Clans, die wir im Moment bespielen. Das ist der Clan-Herausforder, Clan-Free-to-Play und Clan-Totus-Bande. Der kleine Herausforder kann auch noch Leute gebrauchen. Allerdings, ich denke, die Liga kriegen wir da wieder so durch mit 16ern. Vielleicht tauschen wir den einen oder anderen noch. Ich muss mal gucken. Aber das Ganze muss auf jeden Fall diesmal etwas koordinierter abgehen. Vor allen Dingen, was die Koordination angeht, in den Clan-Deutschland-Ad dann, dass wir wieder doppelt Medaille machen können, mindestens. Ich glaube, wir bekamen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, in den sieben Tagen. Zwei müssen wir abziehen, fünf Tage. Ich glaube, wir kriegen zwei Clan-Kriege minimal hin. Ich weiß nicht, wie viel wir letztes Mal gespielt haben oder ob wir doch drei gespielt haben und wir dann zum regulären CK wieder mit in unsere Clans waren. Ja, also diesmal muss das ein bisschen besser organisiert sein. Ich mache auch viel, viel mehr Leute zu Ältesten, 14 etc. zu leadern jetzt nicht, sodass wir auch immer wirklich, ich sag mal, ganz normal durchtauschen können, ohne dass da ewig jemand online sein muss. Ansonsten gibt es ja auch die Foren im Discord. Da könnt ihr dann immer reingucken, wenn da einer schreibt, Leute, ich würde ganz gern kurz meinen Clan, meinen Angriff machen, was auch immer. Und dann kommt auch noch Clan-Stadtja mit dazu am Freitag. Aber erstmal startet jetzt am 1. die 2. Liga des Jahres. Ich bin auch wirklich mal gespannt. Wie wir da so abschneiden, ich denke mal, das wird auf jeden Fall wieder eine ganz runde Sache. Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass wir dort mindestens die Liga überall halten. Ich rechne diesmal wirklich nicht mit irgendeinem Aufstieg. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu viel des Guten, wenn wir mit irgendeinem Clan aufsteigen. Weil ich glaube, Todesband ist ja aufgestiegen, meine ich. Da werden wir es sowieso schwer genug haben. Aber mit 13 an 12 an 11 an geht das da ganz gut. Da können auch ein paar 14 an rein, wenn sie möchten. Und sie meinen, sie sind noch nicht ganz so stark. Das geht natürlich auch. Und dann sehen wir sicherlich so coole Angriffe wie hier von Rico auf den Willi Warrior. Der Clan hieß Catalonia. Catalonia mit E-Drachen. Ui, okay, mit E-Drachen gar nicht mein Ding. Das wisst ihr. Also auch nicht. Die mag ich nur nicht mal gerne kommentieren. Obwohl ich sie jetzt eine Zeit lang bespielt habe, vor allen Dingen mit dem 16, also ein bisschen zum Fahren. Da waren die gar nicht schlecht und ab und zu habe ich tatsächlich auch im Klarkrieg damit angegriffen. Allerdings sind mir die Erdkombinationen im Moment nach wie vor ein bisschen besser. Vor allen Dingen, wenn es sich um die Truppe, um die Root-Rider handelt. Denn die ist nach wie vor ziemlich, ziemlich gut. Und ja klar, es gibt natürlich hier außen dann auch noch den kleinen King-Bug. Allerdings löst der King-Bug nur aus, glaube ich, wenn der King auch in der Pforten-Aura drin ist. Also ich glaube, er muss nur in der Aura sein, er ist King zünden, er ist den Wächter zünden und dann den King. Allerdings ist der jetzt hier ganz, ganz weit weg vom Ganzen. Und ich frage mich jetzt sowieso gerade, wie hat er das eigentlich noch gepackt? Scatter-Shot ist da noch. Eine Luftabwehr lebt da auch noch. Ah, da ist noch ganz schön viel am Start. Aber er wird das ja geschafft haben, weil wir haben mal drei Sterne gesehen. Ich habe eine neue Aratus-15-Base, wollte ich auch mal sagen, denn meine letzte mit Avatar, die war auch durch. Jetzt irgendwann war die wirklich durch. Und dann hatte ich auch da mal wieder die Einsicht, die Tapete mal wieder ein bisschen zu wechseln. Ich denke mal, das hat mir auch mal ganz gut getan. Ich habe nämlich noch mit einem Stern gedäfft. Ich denke, der Gegner wird noch einen zweiten Stern auf meine Base holen. Irgendwie macht das ein Sechzehner, kann ich mir vorstellen. Und sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Oh, wir kriegen hier Ramsey live mit. Okay, mit. Auf Alex. Alex, Alex. Auch mit Hydra und Heilern. Okay, mit Hydra und Heilern. Hydra und Heilern. Hydra spielte man mit einer Blimp oder man spielt einen Queen Heil mit vorweg. Das sind ja echte Queen Heils im Moment. Und streiten sich bei mir im Hirn die Geister, was ich denn eigentlich mit meiner Dame mache. Auf dem Rathaus 16 Bereich, was die Erze angeht. Ich muss nämlich sagen, ich weiß es im Moment nicht. Ist aber ein anderes Thema. Vieles bespreche ich auch gerne live mit meinen Zuschauern. Das ist einfach einfacher, als auf eure Kommentare zu warten. So kann ich, so bleibe ich wenigstens hier, so ein bisschen im Spielfluss, im Spielfluss drin. Und, aber es war auch so viel wieder am Wochenende geclasht mit, mit vor allen Dingen den Clanspielen nochmal richtig Gas gegeben. Und, also in allen Clans haben wir die Clanspiele geschafft. Auch bei Tutus Bande, auch wenn wir das da nur zu viert gemacht haben oder zu fünft oder zu sechst, weiß ich nicht. War auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und, ähm, deswegen bin ich auch zu fast nichts anderem mehr gekommen. Habe mir jetzt aber auch mal wieder ein anderes Game gegönnt. Das habt ihr ja mitbekommen. Und wie gesagt, das klaut mir ganz schön extrem die Zeit. Okay, das waren zwei Sterne. Ich denke mal, ich werde gleich irgendwo reingehen. Ich muss mal gucken. Den gucke ich mir mal an von Tutmosis hier, weil den werde ich mir gleich nehmen. Er nimmt auch einen kleinen Hydra. Ich nenne das mal kleinen Hydra mit zwei Drachenreitern. Und, na blimp vorweg. Okay, mal gucken, wo die zippt. Ich glaube, die sollte gar nicht so weit kommen. Deswegen passt das schon. Aber es ist bestimmt den Adler vorgenommen. Allerdings jetzt sehr, okay, da hat er noch einen, ja, hat er sich einen Unsichtbarkeitszauber gespart. So will ich das mal sagen. Mal sehen, wie er jetzt weiter reingeht. Von hier hinten, okay. Da lockt er die hier hinten mit rein, Richtung Rathaus. Und dann nimmt er vielleicht, ich wollte gerade sagen, der nimmt ja den Weg jetzt über das Rathaus, weil der eine Feger auf der anderen Seite weg ist. Und der andere Feger zeigt halt genau zur Seite von der er wahrscheinlich gerne gekommen wäre. Allerdings kommt man dann sehr, sehr schlecht zum Rathaus. Außer man bekommt den Feger in irgendeiner Weise weg. Ich überlege, ich wollte gerade sagen, ich überlege ganz hart, wie er das eigentlich sowieso noch geschafft hat hier. Aber er hat es wirklich noch geschafft, hier wieder die Drachen in die Mitte reinzudrücken. Und woran hat es am Ende gelegen? Am Single Entferno wahrscheinlich. Von beiden Seiten müssen das die Drachen eigentlich ganz gut schaffen. Da oben eigentlich auch. Hier unten sind es auch noch mehr Drachen. Die sind auch schön in der Aura da drin. Vom Warden, das ist die Wut-Aura. Jo, das ist die Wut-Aura. Okay, ja, da sind die nochmal ein bisschen heftiger. Okay, da habe ich noch gar nicht so dran gedacht. Das vielleicht auch mal ein bisschen zu leveln bei meinem. Anna Queen hat da nichts, am King natürlich den Handschuh. Und die Ability, also die ganz normale, aber dann gehen die Trefferpunkte auch wieder runter bei den Drachen. Ja, da hat es am Ende ein bisschen gefehlt. Okay, weiß man nicht. Aber entgegen den Feger kannst du dann letztendlich nur gehen, wenn du den Feger vorher oder relativ zeitnah weg bekommst. Und naja, es ist ja noch alles offen. Und da oben haben wir einen Angriff von Lars. Last but not least. Ich gucke immer nach vorne in die Kamera. Ich kann mich nicht daran gewöhnen, dass gerade wenn ich aufnehme, meine Kamera nachher ist. Ich habe auch keine Lust, die mal umzusetzen, weil da vorne mache ich zum Livestream immer was anderes rein. Und schalte ab und zu mal um im Livestream. Aber so brauche ich das nicht machen. Okay. Ich wollte gerade sagen, das sieht eigentlich noch ganz gut für Lars aus. Die ziehen zwar ein bisschen außen rum, aber ein Drache zieht schon mal rein. Schon mal anhieben das Rathaus. Jetzt kommt der Rest hier. Die gehen ja erstmal auf Defense, die Drachenreiter. Perfekt eigentlich für Lars. Und ich denke mal, da haben wir noch ein 3 Sterne. Halb 46 Sekunden hat er irgendwo stehen lassen. Hat er nicht. Wunderbar. 3 Sterne hier. 9 auf die Nummer 12. Perfekt. Es könnte der sichere Sieg sein. Und die Masse an Erze. 50, 47. Wie gesagt, ich werde mir jetzt den gleich vornehmen. Ich weiß nur noch nicht, wie. Also, nochmal der Aufruf. Wir suchen in Totos Band. Er händeringt Leute, damit wir dort eine 30er spielen können. Am besten noch mit ein bisschen Wechselspieler, falls der eine oder andere an den einen oder anderen Tag nicht kann. Und in den anderen Kanals, glaube ich, suchen wir nicht. Bei Free2Play sind wir fast picke, packe voll. Da kommen dann eher welche nach der Band darüber. Aber uns haben letztes Mal auch so wieder 5, 6 Leute gefehlt. Und das ist natürlich sehr unglücklich, dass wir da dann so eine, ich nenne es mal so, kleine Liga spielen müssen. Obwohl wir eigentlich gerne eine 30er da. spielen möchten. Also, wir füllen auf jeden Fall auf. Einmal auffüllen bitte. Und die Liga hat heute wieder neu angefangen. Gipser. Angriffe nicht vergessen. Mach ich nicht. Und ihr sicherlich auch nicht. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Dann auch mal am Kanal dranbleiben. Und ich verbleibe mit weiteren Videos und Livestreams. Ciao, ciao. Euer Toto. Clashed. Euer Toto. Euer Toto. Euer Toto. Euer Toto. Euer Toto.